Perfekt, ha! Vor dem vollenden ist das Design unglaublich stabil und sieht auch noch gut aus. Lalalala, wir laufen wieder zurück. Oh, für die scheiß Brücke ist jetzt fast mal die ganze Kohle draufgegangen. Muss man nicht alles für sein scheiß Vater machen, ey. Aber wir verräten uns dann, wo sein ganzes Geld hin hat. Wir wollen endlich unser Erbe! So, speichern. Bevor was passiert. Komm schon. Nee, du sollst Baum fällen. Ja, fällen. So mit der Axt und so. Der läuft doch gegen die Wand. Hm, ja. Bauauftrag, Fahrstuhl brauche ich zwei Stahl. Holz habe ich ja genug. Ja, nicht loslassen! Oh, ich habe magische Kräfte. Der fasst wirklich nicht an. Der hat wirklich magische... Kräfte. So, ab ins Sägewerk. Unser Vater stecken wir auch. Oh mein Gott! Was? Was? Wie? Nein! Das machen wir jetzt nochmal. Holz. 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 Ne, unser Vater. Moment. Der produziert Sägespäne. Okay. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nix. Also ich brauche zwei Stahl. Blablabla. Ein Bausatz. Und ein Leitungsbausatz. Und eine Kanone. So, K-Fest läuft weiter an die Wand. Jawohl. Eines Tages, da werde ich es schaffen. Und diesen Ort verlassen können. Äh, nein. Jawohl. Dungdi-Dung. Mitten in der Nacht. Boah, diese ganze Scheiß Musik, ey. Na warte, Nachbart. Dich kriege ich noch. Und... Ich hätte das ganze Zeug da drüben kaufen können, ne. Ich würde meine Flagge da drüber bringen und ja. Hätte ich tun können, aber... Das ist ja was für Noobs, ey. Ich bin echter Pro. So, dann ziehen wir mal, mal hier. Hier. Hier, technisch. Ja. Eine, ne. Äh, Dings hin, ne. Und fällen mal den Baum hier. Komm, du hast mal auf an die Wand zu laufen. Das wird eh nix. Nein. Aber, ja, aber, nein. Aber, ja, aber, nein. Aber, ja, aber, nein. Aber, ja, aber, nein. Man darf sie nicht alleine lassen. Wirklich. Kein Augenblick. Kriegt da nen Baum lieber? Ja. Seinen magischen Händen. Wie macht der das nur? Das ist magic. Ja, gut, wenn ich die ihn nicht alleine lassen darf. Dann hat es wenig Sinn, wenn ich so zwei hin tue. So, unser Vaterstück macht nochmal rein. Scheiß Eisenöl, pfff. Mach ja auch immer, äh. Scheiß alte Reifen, pfff, war in den Wald. Äh, ey. Scheiß alte Öl, pfff, ab in den Wald. Scheiß Freunde, ab in den Wald. Halt, Moment, das letzte ist Sondermüll. Yeah, Hong ist sexistisch. Beschimpft ihn. Los, beschimpft mich, ihr scheiße Mansen. Ich kann den Stern an. Verdammt, der Stern bewegt sich so schnell. Verdammter Dreheffekt. Übrigens, die Sonne dreht sich um die Erde. Er ist Leutnant, ey. Da die Leutnant, ey. Kann ich so weit überhaupt nen Stromkabel legen? Ich fürchte Schlimmes. Guck mal, wie ich springen kann, springen kann. Guck mal, was ich noch kann. Ich kann auf ne Blatt pfeifen. ди 에äunen sind glaubt mal starb, wie sei es in St品. Ich hätte da lustigere Sterne hingemalt. Und zackig sich, das ist selbstgemaltend. Pffs. Ist ja auch toll, wenn man dieses Gессinges malten Rossに gemacht hätte. Ganz bestimmt. 浪浪資 ne 울 August Tanner. nicht Oh ja, ich verdiene meine Beförderung indem ich an die Wand laufe an die unsichtbare Wand an die unsichtbare Wand des Untergangs der Untergang Schüffel kriegst du da rein er hat diesen scheiß Turm da hingesetzt 3 mal Holz ich könnte mir eine Lore kaufen nein kann ich nicht, ich habe kein Gold ich könnte mir eine bauen nein kann ich nicht, ich habe keinen Eisen keine Kohle keinen Stahl und keine Werkstatt den Rest räumen wir mal auf können wir unseren Pfarrer auch da reinschieben jawohl, ab da rein alles rein was keine Miete zahlt so bevor ich das jetzt da runterschmeiß speichere ich lieber nochmal denn es ist da durchglitscht 1, 2, 3 2, 3 oder 2, 3 3, 3 4, 4, 3 5, 5, 5, 6, 7, 4, 7, 7, 8, 9 5, 6, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 24, 15, mat has² Nein, also... Keine Ahnung. Nicht hoch, aber weit. Äh, nicht weit, aber hoch. Ich kann mich nicht mehr so verarzten. Riesiges Schloss! Voller Heftpflaster! Aber ich kann mich nicht verarsten. Verarschen. Voll Heftpflaster. Heftklammern. Äh, Klammern, ja. Ich hab auch Klammern. Und mir fällt gerade auf, ich muss den Leitungsboss halt sehr drüben anfangen. Ach. Verdammt! Was sagt ihr mir das? Ach, nein, mein Holz. Kann ich? Ja, nee. Okay. Mal gespannt um die, weil ich muss die Leitung... Ja, Leitung, wo man bauen kann. Der Bau war fertig. Ach, du bin ich. Kein Bauwassler mehr. Da fällt mir ein, ich brauche noch Geld, um das Zeug abzubauen. Na, dann nehme ich den Gold Club einfach mit. Energieversorgung nicht möglich. Ach, erzählen wir nichts von Bär. Ist kein Bär. Wildschwein. Wildschwein? Hab ich ja früh gesehen, ja. Also ich bin auf die Autobahn gefahren bin. Nein, nein. Ich bin auf die Arbeit gefahren bin, wollte ich sagen. So eine ganze Heere, so drei, vier große und... So fünf, sechs kleine oder so, hey, komm. Guck mir meinen langen Bindfaden an, Bindfaden an. Ja, richtig, dass da ewig weite Konstruktionen möglich sind, hab ich ja schon Dings probiert. Bin ich der Einzige, der die, äh, Energieleitung hier ein wenig komisch findet? Jaaa, schon irgendwie. Eine Einladung. Einladung? Ich hab's geahnt. Ich muss... weiter! Verdammt! Verdammt! Theoretische Überlegung... Ich hol mir erst Briskol. Verdammt! 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 So was ist nicht ganz geplant. Aber fast! Ich will mich doch mal tiefer, Grab, ihr... ... ...brauch ich wohl Sprengstoff! Ich muss gleich mal meinen Aufzug wieder hochjagen hier. Ich bin wieder da unten. Er erscheint mir sicher. Boing! Lauf, Forrest, lau... Halt einen Moment. Lauf, Forrest, lauf! Oder springen, ist mir auch recht. Du 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 du... Oh von Frau Awwww Ich brauch mehr Festplatten. Ich bin die Abendmong mehr Geld, damit er Festplatten kaufen kann. Ich habe es dreimal im Rechner und ich habe keinen Strom mehr. Ganz toll. Ich muss da nach oben. So, und dann fällt mir ein, dass ich hier nur im Stehen zurückschmeißen kann. Wo ist ein Klonk, der schwimmen kann? Die gibt es hier nicht. Das ist doch rassistisch. Der liebe Stückel weiß. Wasser kann mich nicht aufhalten. Aber es kann es verdammt gut. Ja, Anlauf! So, fahr mal weg. In die andere Richtung. Mensch. Hey! Nicht an dem Pixel hängen bleiben. Also! Fast. Läuft doch! Geht! Jetzt muss ich nur... Äh, Baubetrieb. Aus. Und wieder hoch. 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 Perfekt. Jetzt werfen wir einfach noch draußen noch ein wenig Gold hin. Und verlegen wir unsere Basis. Oh, jetzt geht's um in mein neues Schloss, ey! Ich griff hier scheiß Dreckshütte! Ich frag mich wirklich, ob das was bringt, wenn ich den die ganze Zeit an die Wand laufen lasse. Da ist das unsichtbar werdende Stromkabel. Das momentan sichtbar ist. Das unsichtbare Stromkabel der Sichtbarkeit. Yeah! So, jetzt gehen wir in Gold einstecken hier, ne? Das ist alles meins. So, zwei Feuern für heute. Boiioioi! Ne, ne, warte, den Stein mit! Er wirft den Steinnen! Der ist zu überlegen! Eze! Gut, ich muss später ihn Ballon bauen, ne? Was kostet unsere Werkstatt überhaupt? Werkstatt. Drei Stahl, boah. Ganz tolle Wurst. Kriegen wir's vom Schluck und sind glücklich. Dann wird es noch was abwärts. Glauben wir erstmal den Zeck hier noch weg. Und... Wir graben natürlich schön schräg. Was ist denn überhaupt für komisches Steinklumpe? Du wirst gar nicht wissen. Komm schon, wir graben noch ein bisschen schneller. Ja... Kauft ihr nicht einen Backer, Junge. Habt doch einen! Handbetriebnen! Mit Holzeinlagen! Hahahaha! Nennt sich auch Schaufel! Ja... So... Da auch noch ein Weg weg. Das war jetzt fast den 4... 6... 8... So... Profis hätten die Mission jetzt schon längst abgeschlossen, aber... Ich bin eben der Überpro! Level 30 Kristalle haben, oder? Oh... Oh... Das wird noch ein langer, langer Tag. Äh... Ich zauber mal lieber nicht, sondern leg alles einfach... Da rein. Hm... 30 Stück. Gut. Ha... Fahrstuhl. Ja... Da ist sogar Stuben rein, der Fahrstuhl. Ha... Ich nehm ihn überall hin mit. Auch ins Bett. Ha... Ha... Nicht wahr, lieber Fahrstuhl? Äh... Ja... Genau. Woll ich jetzt sagen, ja. Ich geh dann mal. Tschüss! Boa... Ich hab's verlangt, all diese Bäume zu fällen. performers Oh...